Aber man muss dazu sagen, dass Geralt gerade leider ein bisschen buggt. So, kann man jetzt... Dankeschön. Aua. Irgendwie komme ich gerade nicht mehr so einfach aus dem Boot. Ich glaube, die Boote hassen mich jetzt einfach. Und das zeigen sie mir auch ganz, ganz deutlich. Einfach so, nein, du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Na. So. Geralt hätte auch gerne einen Lazy Sunday. Er hat ja einen Lazy Sunday. Er darf ganz gemütlich übers Wasser fahren. Ganz entspannt. So. Ganz entspannt. Ab und zu mal einen Armbruchsbolzen abschießen. Vielleicht fast ertrinken, weil ich nicht rechtzeitig in das Wasser komme. Jetzt bin ich an der falschen Seite aufgeschrieben. So. Wir müssen vielleicht... Sollten die Boote und du dich mal aussprechen? Ja, ich glaube auch. Ich würde vielleicht helfen. Da hast du gegebenenfalls sogar recht. Warte mal, warum segeln wir nicht erst mal hier hoch? Wir müssen wahrscheinlich eh hier an. Ich weiß nicht, die Boote sinken ja auch bei mir einfach. Obwohl eigentlich... Naja. Wie das Boote gerade einfach unter mir abgesippelt ist, war schon episch. Muss man wirklich leider sagen. War schon einfach richtig gut. Ich sehe sogar schon blau leuchten. Ja, aber das sind Banditen. Ne, oder irgendwas anderes ekelhaft. Das werden wir gleich herausfinden. Was sich da oben auf der Boote verbirgt. Was passiert eigentlich? Ah, es sind Piraten. Okay. Was passiert? Au! Wie ist das, dass ihr mir eigentlich überhaupt kein... Oh, nein, doch nicht. Ja. Verdammt. Absolut, seine Wut lag da schon. Nehmen wir zwei, zwölf Piraten, süß. Ja, das ist wirklich mittlerweile süß. Es gab mal wirklich eine Zeit, wo du davor Angst hattest, aber mittlerweile ist es einfach nur... Oh, wie süß. So, dann räumen wir mal die Feste hier auf. Oh, ja. Das wird spaßig. Ähm. Könntest du... Könntest du... Hallo? Komm mal. Hier, Geist. Das doofe ist, dass meine Ehe irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Dann machen wir das erstmal so. Alter, dieser Hund, ne? Er nervt mich richtig halt einfach. So, da habe ich jetzt... Danke! So, bitteschön. Hundenerven halt total. Typensinn ist das Problem. Was ist denn hier los? Irgendeiner... Weil er hat da die ganze Zeit mit... Wo ist denn der Typ, der da... Da oben. Alter, ne? Diese Bums schießen. Bin ich immer sauer langsam hier, ey. Ich bin auch die Einzelnen, die habe ich mir gerade so mega viel Schaden reinhämmern. Ich renne deswegen gerade auch einfach mal. Hallo. Ist jetzt hier Ende, ne? Mit... Ich schieße dich ab. So. Bären haben wir gefunden. Gib uns... Und Plätze fliegt übers Wasser. Ja. Das ahne ich. Wir müssen irgendwie hoch. So. Ähm. Und Plätze fliegt übers Wasser. Vielleicht sollten die Boote... Gib uns alles, was du hast. Säbelkopf ab. Ja. Ja. Abgeschlossen. Ernsthaft? Müssen wir hier noch einen Weg reinfinden? Hat jemand von euch einen Schlüssel? Absolut, liegen so 20 Leichen. Hat jemand von euch einen Schlüssel? Würde dann blau leuchten. Ähm. Gucken wir mal. Okay. Eine interessante Ruine. Wir gehen die Treppen auch wieder runter, weil der Fallschaden uns sehr töten würde. Ach, man kann hier runter. Guck mal. Dann. Meine Mutter hat mich rausgeschissen. Jetzt tut ich das raus. Meine Mutter hat mich rausgeschissen. Ja. Weiter kamst du leider nicht, Brudi, ne? Das ist ein mies, sowas. Wer ist hier unten, der versteckte Schatz? Der Beratenanführer. Na, guck mal. Hier leuchtet, hier, das meinte ich auch. Hier leuchtet das blau. Ich spiele halt auch gerade einfach nur total unversichtlich. Aua. Aua. Zum Glück brauche ich den Loot nicht von ihm. Es wäre mies geworden, wenn ich jetzt den Loot dafür hätte gebraucht. So. Himmelszellen. Nette Idee für ein Gefängnis ohne Gitter. Schade, dass er nicht fliegen konnte. Himmelszellen sind richtig mies. Gibt's ja auch, äh, in. In, ähm. Das ist, das ist wirklich Tyrion. Warte mal, ist das, warte mal. Ist das Tyrion? Das ist, er sieht ein bisschen danach aus, als wäre das Tyrion, oder? Das ist ein Easter Egg, wie geil. Das ist saugeil einfach gemacht. Frage ist, dennoch, wo ist der Schatz? Was? Das ist nicht der Schatz gewesen. Bist du hier? Ah. Ja, da liegt es ja einfach so ein Tyrion. Das ist super. Ich liebe Geralt dafür, wirklich, ne? Was ist das denn für ein riesiger Loot-Klumpen? Kann man dich kaputt machen. Okay. Hm. Ich weiß nicht, wir gehen hier einfach wieder. Geil. Was sind die einfach so ein Tyrion? Ich finde, ich finde das immer wieder unglaublich. Was das Spiel einen so bietet, wenn man es einfach, äh, zulässt. Jupp, das ist ein Easter Egg. Mega. Ich meine, ich fand das schon geil, wie sie im zweiten Teil, Herr der Ring, mega einfach verarscht haben. Es war einfach so, du redest mit jemandem und er erzählt dir, ja, such den Ring. Besung AG, vielen Dank für deine, äh, für deine Donation, Spende, Dankeschön. Kappa Pride, Kappa Pride, Kappa Pride, Fernbus Booty, Fernbus Booty. Oh. Haha. Dankeschön, das ist so süß. Ah, das ist voll lieb. Das ist richtig, richtig süß. Dankeschön. Ich weiß auch, wofür es ist. Irgendwo auf Skellige ist auch ein Bonfire. Echt? Aus Dark Souls? Das benutzen aber viele, ne? Das ist, wurde ja bei Overwatch auch verwendet, das Bonfire. Wie lustig. Wir singen AG. Haha. Sehr, sehr geil. Halli, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Ich mach mal los, schöner Stream. Vielen Dank, Isa. Sehr gerne, sehr gerne, Orbitant. Ich glaube, das ist wirklich so gedacht. Das war auch in dieser Zeit. Komm, geh mal vor uns. Oh, echt? Ich finde das super. Ich finde das, also mir macht das Spaß, wenn sowas gemacht wird halt auch wirklich, ne? Guten Tag, Sirene. Machen die mir das Schiff noch? Was macht die hier? Jetzt geht das Boot wahrscheinlich wieder unter. Halt, wie gut seid ich eigentlich wieder? Wir schmelzen mit dem Schiff. Ja, wirklich. Wir sind hier jetzt Dekoration. Wir hängen uns an die einen, die Seite. Irgendwie so. Habitant, ich wünsche dir auf jeden Fall nochmal einen schönen Sonntag. Guten Tag. Hallo, Jens. Wie geht's dir? Alles gut? Mal hier unten noch eine Fragezeige. Irgendwie... Bevor die sich ans Boot dranhängen kann, einfach abschließen. Bestens. Das freut mich doch. Hat es einen schönen Samstag, dass es dir heute so super geht? Bist du gerade erst aufgestanden? Du stehst doch sonst mal früh auf, oder nicht? Oder noch besser, wir klauen es dir, indem wir damit bei... Ja, das wäre auch geil. Da hätte ich jetzt aber echt nicht schlecht gestaunt. Denn diese Rehen, das ist einfach... Ey, wie schwer kann es eigentlich sein, von diesem scheiß Schiff ins Wasser zu kommen? Ah, wir müssen... Ich muss mich mit dem Boot wirklich aussprechen. Ich bin sogar schon länger... Ich wollte gerade sagen, du stehst doch sonst immer so früh auf. Du stehst doch so früh auf. So, das war's auch schon. Robitan geht doch jetzt, Vincent. So. Ah, mein Gott. Wir müssen gleich schon wieder zu einer Insel. Aber guck mal, wir haben jetzt schon fast hier alles. Es wird aber. Es wird. Es wird. Es wird. Ich würde sagen, wir gehen mal hier an die Angelstelle dann. Und gehen einmal an Land. Und holen uns da die... Dann rammst du mit dem Boot einmal in eine Sirene, in eine tote Sirene. Wir müssen echt Schuppen aus Stahl haben oder dergleichen. Ich weiß jetzt nicht. Ich frage mich gerade fest. Ich will doch nur an's Land. Manchmal ist das anstrengend. Danke. Oh nein. Sag das... Langsam, langsam. Gerhard sagt das nicht. Habe ich Plötze gerade umgebracht? Habe ich Plötze jetzt gerade? Oh nein. Plötze kommt auch einfach wieder. So. Was war das denn? Ich glaube, ich habe Plötze gerade eigentlich umgebracht. Komm, wir nennen jetzt die Steinwand hoch. Hier. Haben schon Plötze. Das sieht gut aus. Wir müssen nur hochkämpfen. Oh. So. Gerhardt. Er hat dich rausgeschissen. Du gibst tot dich das Kraft zurück. Ja. Ja. Jedenfalls nein. Scheiße. Wir hätten die Makio mal ersetzen sollen. Was passiert denn hier gerade? Verdammt. Was ist denn das für ein Stein? Was passiert hier gerade? Es ist wirklich nur ein Stein. Was steckt da, Schatz? Ein verfluchter Zauberer. Du gibst alles, was du hast. Dann kommt der Dich zerbrechen. Greift das Fett. Aua. Plötze raste nicht aus. Alles gut. Ähm. Sah ein wenig aus wie im Trickfilm. Ein bisschen schon, oder? Einfach so. Plöpp. Life. Ruf ein paar Perlentacher zusammen und bring sie zu mir. Aber gute diesmal. Diese Idioten von Spike Rook sind das letzte Mal ertrunken, bevor sie uns nützlich sein konnten. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt dieses Schiff wirklich zu tief, als dass man irgendwas draus bergen könnte. Aber ein Versuch ist es wert. Die Überlebenden sagten, es hätte eine große Ladung Silber an Bord. Das ist jetzt die Frage. Wie gehe ich da vor? Weil das wird, äh, ist... Oh mein Gott, bitte fall ins Wasser. Wir haben eine Höhle gefunden. Ja, so tief liegt es ja jetzt nicht, ne? Genau das habe ich nicht befürchtet, dass wir jetzt voll sind. Voll an Gewicht. Die Frage ist jetzt, wo bringt diese Höhle einen hin? Entweder vielleicht einfach nur... Wir springen uns wirklich in irgendeine Höhle rein. Es wird nichts bringen, dass ich sie jetzt erkunden würde. Einfach aus dem Grund, weil wir gerade wieder voll beladen sind. Ähm, wir gehen jetzt wieder zu unserem Schmied des Vertrauens. Das heißt, wir müssen aber erst mal auf das Boot gerade kommen. Das heißt, wir müssen erst mal hier hoch wieder kommen. Und das war jetzt alles ausgezeichnet kombiniert. Der Wind heult. Was? Wir machen hier die ganze Zeit irgendwelche Nebenquests noch. Aber die Quests möchte ich gerade auch gar nicht machen. Okay, Plötze bleibt gerade irgendwo hängen. Ich möchte gerade nicht gegen die kämpfen. Aber Plätze kommen halt auch gerade nicht raus. Weil die quasi im Attack-Modus ist. Ach, Manu. So ein Mist. Ich muss dann nur auf ein Boot, um dann zu einem Hafen porten zu können. Wir können eigentlich dann auch von hier lossegeln und hier so... Hier irgendwie so die ganzen Fragezeichen einsammeln. Das hat weh. So, und jetzt bitte einfach... Bring noch einfach darüber. Danke. Der Nebel ist tatsächlich kein gewöhnlicher. Sieht auch wirklich nicht aus wie gewöhnlicher Nebel. Okay, wir haben es geschafft. So gut wie. Alles gut, Plötze. Steuer übernehmen und jetzt sind wir auf einem Boot. Das heißt, wir können einen Hafen anschwimmen. Nein, noch nicht. Wir müssen erstmal hier ein bisschen umsegeln. So, jetzt können wir den Hafen ansehen. Jetzt müssten wir auch den Hafen wieder ansehen können. Perfekt. Das heißt, wir gehen wieder nach hier oben. Dann sieht man hier High-Elo-Gameplay. Ja, von allen Spielen, die ich bringe. Von allem. Natürlich siehst du hier High-Elo-Gameplay. Halle ich ins Nezolchi. Wie laufst du in Overwatch bei dir? Alles gut da? Okay. Ja, das kann ich jetzt.